ja meine lieben willkommen zu einer weiteren folge von opi zockt ego ja ich mache jetzt bestimmt schon die keine ahnung insgesamt 20 versuch heute eine aufnahme zu machen und zwei aufnahmen habe ich ja hingekriegt das habt ihr in der letzten und der vorletzten folge schon gesehen deswegen war auch bei der letzten folge so ein bisschen der einfach die die luft ein bisschen raus die ist übrigens besser gelaufen als ich dachte da stand ich sogar auf platz 1 mit 15 abschüssen und ich hatte acht oder 13 mal bin ich da gekillt worden keine ahnung ja das große problem ist genau das was ihr seht die synchronisierung die bricht entweder an der stelle ab wo sie jetzt ist oder sie bricht beim dreiviertel ab da wo sie jetzt ist und ja dann werde ich natürlich beim nächsten mal wo es dann funktioniert immer mit einem spiel reingeschmissen da lohnt sich dann die aufnahme nicht deswegen ich keine ahnung ich bin jetzt in den halben tag schon am spielen um vier aufnahmen zu kriegen das ist ja heute sehr sehr unspartig möchte ich mal behaupten und zumal mir aufgrund dessen natürlich aufgefallen ist es ist wirklich unheimlich viel in den dächern in den häusern wo die leute einfach nur rumstehen und baden und das wird dann echt auf die dauer wenn man das mal so kurz macht dann ist das alles in ordnung aber wenn man das dann den ganzen tag hat und ja den ganzen tag immer aus dem hinterhalt abgeknallt wird dann ist es nicht mehr so spaßig deswegen heute auch eben ganz klein wenig die luft raus in den letzten zwei aufnahmen ging es da hat schon wieder einer aber den hat gott sei dank ein kollege gesehen da unten höre ich auch schon wieder was jetzt ist nur die frage war das ein kollege oder war das ein feind da können wir hier rum gucken ja dazu kommt eben noch die neue hardware sprich die maus wo ich mich erst mal dran gewöhnen muss alles so das machen wir jetzt einfach mal so gucken was dabei rumkommt die ist gott zurückgekommen das ist dann auch ein bisschen doof das hat mal ordentlich laut geschippert so wo sind sie denn da machen sie wieder auf die dächer naja zu zweit ein haben wir zumindest erwischt der andere der lichter auch noch wie ihr seht mal gucken war das das dach oder war das woanders ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht mal ein bisschen schwierig das ganze hier diesen sack an steht es hier und natürlich ist der nächste gleich auch noch da drin wir wollen mal gucken wo seid ihr wo habt ihr dieses mal wieder in häuser zu zweit zu zweit und von hinten oder das war der der sich rüber gepumpt hatte eins von beiden beides möglich gucken was wir damit machen können auch da unten sind noch drei stück naja dagegen kann ich ja auch nichts tun die werden schon irgendwo hinfallen dummerweise haben sie da haben sie schon wieder rum gesehen hocken sie schon wieder zu dritt auf oben auf die dächer drauf noch einen davon haben wir schon mal weg da hocken sie nämlich auch rum sag ich doch das ist genau das problem momentan aber hab da gesehen haben wir auch schon wieder oben ein auf dem dach drauf wo hat er schon wieder gehockt ach so das war pakete ja mal aber dich haben wir dann doch alles auch wenn ich schon wieder fast tot bin so ja der ist wahrscheinlich gerade als reingekommen das tut mir auch leid aber da wird doch nie auch keine rücksicht drauf genommen deswegen nämlich da auch keine rücksicht nachladen wollte ich ja hat nicht funktioniert so jetzt war ich auch gar nicht wo ich jetzt schon wieder bin ach hier bin ich okay wollen wir mal gucken da gibt es natürlich auch da wieder oben einer rum ach verdammte Hacke jetzt aber das gibt es doch gar nicht so dumm kann man doch gar nicht sein komm her du Pfeife wo ist er? da unten läuft er immer noch rum ne das war er nicht das war ein anderer Kollege von ihm aber das war ja echt mal so dumm kann man doch gar nicht sein hab ich den nicht erwischt hier ja natürlich aber sonst na ja war auch schon wieder einer von hinten gekommen das ist ein echtes problem dass man hier machen kann was man will die Mini-Matte nutzt überhaupt nichts und ich werde hier von links von rechts von hinten erschossen aber selten von vorne feindliche Vorräte kommen so und dann dieses Dauerhocken auf den Dächern das macht dann auch nicht so wirklich Spaß da seh ich doch schon wieder da da hocken sie da oben schon wieder rum na und wo werde ich denn jetzt schon wieder beschlossen mal gucken da und dort ist auch noch einer und dort ist auch noch einer weil es aber spaßig ist naja und wo sind meine Leute? Gott weiß es ich weiß es nicht ich dich haben wir erwischt und Niederlager ja wie soll es auch anders sein wenn es euch gefallen hat dann bitte einen Daumen hoch und wir gucken mal ob wir es wieder ordentlich hinkriegen was sind das denn für Dinger ok alles klar wir hören uns bis dahin bye-bye und dann 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 dann